Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, was ich euch das letzte Mal gezeigt habe, war hier diese partiellen Funktionen. Dieses Mal geht es im ähnlichen Sinn weiter, nur dass wir den Import hier oben nicht mehr brauchen und einige andere Sachen machen werden. Aber es geht auch wieder um Funktionen und Funktionen zuweisen und so weiter und so fort. So, und zwar gibt es sogenannte Lambda-Funktionen in Python. Das bedeutet, wir können eine Funktion kreieren, eine Funktion f zum Beispiel, die wir einfach so definieren, ohne ein Dev vorne dran oder so. Und weisen die einfach zu. Und dann sagen wir hier Lambda, ist schon angegeben. Und hier sagen wir dann, was wir für Parameter wollen. Das heißt, wir sagen sowas wie Lambda X. Oder wir sagen Lambda X, Y. Also das wären dann unsere Parameter. Nein, nicht Yield, sondern ich schreibe hier unten einfach mal dasselbe hin, was ihr mit normalem Code erreichen könntet. Also sowas hier, dev, f. Und im aktuellen Fall haben wir X und Y, also unsere zwei Parameter. Soweit sind wir hier. So, und dann schreiben wir hier einen Doppelpunkt. Das ist derselbe Doppelpunkt wie hier. Und dann schreiben wir hin, was wir gerne wollen. Also sowas wie X mal Y. Und das wäre dann die Funktion, ähm, return X mal Y. So. Und, ähm, jetzt können wir das nicht ausführen, weil wir die Funktion gleich genannt haben. Aber wenn ich hier ein F2 hinschreibe, dann passt das. So. Und jetzt sage ich hier unten einfach mal, ähm, print. Und, ähm, dann sage ich F2, denn das wissen wir ja, was da passiert. Von, keine Ahnung, 5 und 2. Ne, von 4 und 2, dann haben wir sowas wie 42. Ich muss ja hier allen Standards konform werden. Ähm, genau. Und dann rufen wir das Ganze einfach mal auf. Und hier kommt 8 bei raus. So. Was passiert jetzt, wenn wir hier einfach dieses F2 weglassen? Sprich, nicht diese Funktion benutzen, sondern diese hier oben, die wir über Lambda kreiert haben. Na ja, über Lambda passiert im Prinzip genau dasselbe. Das heißt, wir haben hier eine Funktion nicht als Funktion definiert, sondern wir haben sie einfach so hingeschrieben mit unserem Lambda und zugewiesen, also mit ist gleich zugewiesen dem F. Jetzt bedeutet es aber auch, dass wenn ich das hier weglasse, dass das dann auch eine Funktion ist. Und die kann ich logischerweise irgendwie auch in Parameter oder sowas reinstecken. Das F natürlich auch. Ähm, und dadurch dann coole Sachen machen. Und, ähm, die coolen Sachen hängen meistens irgendwie mit, äh, irgendwelchen Listen zusammen. Und deswegen machen wir das auch tatsächlich jetzt mal. Also ich sag jetzt hier einfach mal F ist unsere Funktion. Dieses F2 lösche ich hier. Und schreibe hier einfach eine Liste hin. Dann nennen wir es einfach mal List. Ist gleich so. Und dann eine Liste von 4, 2, 5, äh, 6, was weiß ich. Noch nur 3 hinten dran. Das war jetzt gerade alles ziemlich random. Ähm, und hier sagen wir einfach nur noch, wir haben zwei Parameter, sonst wird es ein bisschen kompliziert. So, und jetzt möchten wir gerne diese, ähm, Funktion auf jedes Listen-Element anwenden. Und das möglichst, äh, nicht mit einer Vorschleife, sondern wir wollen das Ganze effizienter und, äh, kürzer und ergonomischer und cooler aussehen lassen. Ähm, wie auch immer. Und deswegen sagen wir jetzt einfach, okay, ähm, wir schreiben uns eine neue, äh, sozusagen, neues, eine neue Liste. Nennen das einfach mal List 2. Ist gleich so. Anstatt, dass wir jetzt hier jedes Mal dieses, also wir könnten jetzt auch sowas hier machen. f von, äh, List von 0 und so weiter und so fort. Und dann hier hinten dran eben mit Komma, f von List von 1 und so weiter. Das ist aber doof, das wollen wir nicht. Das ist ziemlich viel Schreibaufwand. Denn die Liste könnt ihr ja mal, angenommen sie wäre unendlich lang, dann wollen wir das nicht machen. Und deswegen haben wir hier eine Funktion, die nennt sich Map. Die heißt einfach Map, wie ich schon gerade gesagt habe, alles klein geschrieben. Ähm, und hier stecken wir eine Funktion f rein. Geht natürlich auch mit unserer f2-Funktion, die wir hier vorhin hatten, aber mit Lambda können wir das auch direkt hier reinschreiben. Also ich könnte auch tatsächlich einfach das hier hier reinschreiben. Ohne den Umweg über f gehen zu müssen, könnte ich das in eine Zeile packen. Und, äh, dann geben wir uns hier diese Liste an. Ähm, einfach hier List angeben und schauen, dann sind wir fertig. Das heißt, ähm, ja, im Prinzip heißt es, dass wir jetzt schon durch sind. Und ich kann hier die List 2, äh, zum Beispiel an der 0. Stelle ausgeben. Wobei dann, äh, hier 4 mal 2, also 8 rauskommen müsste. So, wenn ich das jetzt hier aufrufe, ja, ähm, wir sehen, dass wir hier direkt einen Error kriegen. Und das liegt daran, dass wir mit Python 3 arbeiten. Bei Python 2 hätte ich das schön machen können. Da wäre das noch alles kein Problem gewesen. Python 3, da wollten sie alles effizienter und schöner und, und so weiter machen. Ähm, und deswegen haben wir ein Problem. Nämlich folgendes. Ähm, Map ist einfach aktuell ein Map-Objekt. Und wenn ihr da gar nicht durchiterieren müsst, dann wird das nie ausgewertet. Sprich, äh, wenn ihr jetzt hier tatsächlich echt unendlich viele Zahlen, das ist sowas wie 1 bis, äh, ja, 1 bis 1. Ich weiß nicht genau, ob man so schreibt in Python. Das würde euch, glaube ich, unendlich viele Einsen produzieren. Und, ähm, dann wäre die Liste tatsächlich unendlich lang. Würdet ihr dann diese Funktion auf jedem Listen-Element aufrufen, dann hättet ihr ein Problem, weil dann wäre diese Laufzeit unendlich. In Python 2 wäre das also nicht möglich gewesen. Deswegen haben sie gesagt, in Python 3, okay, unsere Map, ähm, werte das alles gar nicht aus, sondern es werte das Ganze erst aus, wenn wir tatsächlich auch die Möglichkeit haben oder wirklich den Zugriff brauchen. Sprich, wenn ihr sagt, ich hätte gerne das 100. Element, dann wird auch tatsächlich erstmal bis 100 alles ausgewertet, aber ansonsten eben nicht. So, und dann müssen immer noch nicht, äh, die Elemente 101 bis, äh, unendlich ausgewertet werden. Deswegen macht es schon irgendwie Sinn. Deswegen müssen wir jetzt hier noch ein bisschen was ändern. Und zwar gibt es auch dafür Funktionen, ähm, dass man das macht. Und zwar entweder iteriert man durch, wie wir es mit der, äh, Vorschleife kennen, oder aber man macht folgendes, ich muss hier den Namen leider ändern, weil die Funktion heißt genau List. So. Und, äh, wir sehen es hier auch schon, das ist ziemlich cool, ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. List, ähm, liefert eine neue, leere Liste, oder wenn wir einen iterierbaren Typ haben, was Map ist, dann eine neue Liste, die initialisiert wird mit den, äh, Elementen, die schon drin sind, also in dem iterierbaren Typ. Und Map ist iterierbar. Das heißt, wir iterieren jetzt einmal hier durch und schreiben jedes Element in diese Liste rein. Und dann wird es der List 2 zugewiesen. Und wir können das Ganze, äh, hier darstellen. Unser erstes Objekt ist unsere 8, die wir erwarten, weil 4 mal 2 8 ist. Und wenn ich jetzt hier auf das fünfte Element zugreife, ähm, das fünfte Element, dann kriege ich natürlich einen Fehler, weil ich nicht zählen kann. Es sind nur 5 Elemente drin. Also, so. Ja. Genau. Und das ist Map. Und das sind Lambda-Funktionen. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, um was es geht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.